ja hallo ich bin christian kaiser ich bin entwicklungshelfer gewesen 20 jahre lang in afrika und ich war satt und müde mich über schlechte inverter und spannungswandler aufzuregen ich habe dann beschlossen durch einen kontakt auf der solarmesse in münchen mit einer firma in china mir meine eigenen solarinverter bauen zu lassen 5000 watt ist immer etwas viel hat auch einen sehr hohen leerlaufstrom und mit 1500 oder 1000 watt kann man keine waschmaschine betreiben und wie man sieht ist das auch nicht besonders zweckmäßig denn wenn man autark lebt wie ich dann ist eben halt auch ein standard notwendig und da zählt auch mal eine waschmaschine oder geschirrspüler dazu und das sollte dann schon 2500 watt ausreichen ich lasse die inverter direkt aus china kommen wir haben keinen zwischenhändler dazwischen diese inverter haben eine dauerleistung von 2500 watt es gibt zu jedem inverter ein testprotokoll hier kann man sehen der inverter hat sogar eine leistung von 2850 watt er heißt ko super 3000 watt power inverter hat eine fernbedienung zwei schutzkontakt steckdosen ein fünf meter langes kabel und ist sehr solide und robust verarbeitet zwei lüfter die nach bedarf anspringen geräte die meinen qualitätsanforderungen entsprechen verkaufe ich gerne weiter wie gesagt ich weiß wovon ich spreche ich kann ein jahr garantie darauf geben wie üblich und wenn diese geräte gut behandelt werden halten sie 20 jahre und länger und übrigens sind für den harten einsatz im geländewagen oder auf dem motorrad auch geeignet so ich wünsche euch viel spaß beim bieten oder beim kaufen und dann